Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem vierten Webinar an diesem Tag, heute im Rahmen der Online-BlueCon, dem E-Commerce-Day. Ja, wir haben jetzt das Performance-Special für euch. Ja, so holst du das Meister aus Black Friday, Cyber Monday, Christmas und Co. heraus. Da teilen wir unser Wissen mit euch. Wir, das sind in diesem Fall nicht ich, sondern Helen Giedmann und Lisa-Marie Drinkhut, beide aus unserem Performance-Team. Ja, die werden heute ihre Erfahrungen mit uns teilen. Das ist auch eine visuell starke Präsentation, freue ich mich sehr drauf. Ich kriege das immer nie hin, ich schneide euch das fast so ein bisschen. Also, spannendes Ding, könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen, geht ja auch in zwei Folien schon los. Trotzdem noch kurz der wichtige Hinweis, wenn ihr gleich Fragen habt und ich hoffe, ihr habt Fragen, dann nutzt gerne wie gewohnt Slido. Das sollte eigentlich da unten auch stehen, aber Windows macht uns heute leider einen dicken Strich durch die Rechnung. Also, nehmt Slido, tippt den Code eCommerce ein und dann könnt ihr uns eine Frage stellen. Ansonsten war es das denn jetzt auch schon von mir und ich übergebe mal an euch. Ja, super. Vielen Dank, Markus. Ja, freut uns sehr, dass ihr alle dabei seid heute. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick über die Agenda. Wir starten einmal mit einem kurzen Intro. Dann geht es schon weiter, wie die Vorbereitung für euch aussehen sollte, wenn ihr an sämtlichen Rabattaktionen teilnehmen möchtet. Weiter geht es damit, wie ihr dann auch durchstarten könnt. Also, konkret geht es um die Planung der Ziele, Budgets oder auch Kampagnenformate. Targeting ist natürlich auch eine wichtige Rolle. Ansprache und vor allem auch Gestaltung, gerade wenn es um die Social Ads geht. Und dann gibt es natürlich auch noch jede Menge Erweiterungen und Aktionen. Am Ende haben wir dann nochmal einen Zeitplan für euch zusammengestellt, an dem ihr euch dann sehr gut einmal langhangeln könnt. Und ein Fazit haben wir natürlich auch noch mitgebracht. Ich glaube, Markus, du müsstest die Folien weiterschalten. Es funktioniert bei mir leider nicht. Danke dir. Genau, einmal erstmal eine Frage in die Runde. Wer von euch hat denn schon mal an Back Friday oder bei anderen Aktionen zugeschlagen? Schreibt das gerne mal in den Chat. Das wird uns auf alle Fälle mal interessieren. Und wir wollen natürlich auch total gerne wissen, bei was sie zugeschlagen haben, oder? Gerne. Also, wenn es da Details gibt, sind wir natürlich auch ganz gespannt. Oh, Elektronik und Rasen. Okay. Ja, gehen auf alle Fälle schon einige Antworten jetzt rein. Ich glaube, der Trend geht auf alle Fälle zu Technik. Staubsaugerroboter, ja, das kann ich natürlich auch gut nachholziehen. Wenn man da ein Schnäppchen mitnehmen kann, dann macht man das natürlich auch. Ja, oder einfach direkt schon Weihnachtsgeschenke an Back Friday kaufen. Das ist natürlich auch schlau, da schon mal die Rabatte mitzunehmen. Ja, vielen Dank, dass ihr euch da so gut an der kleinen Umfrage beteiligt habt. Ich glaube, das zeigt schon mal ganz gut, so vor Rabattaktionen, da können wir uns alle nicht ganz schützen. Ich glaube, wenn wir Rabattaktionen sehen, dann wird es bei uns allen ganz kribbelig. Dann will man direkt zuschlagen. Und gerade jetzt in Q4 kennen wir das, glaube ich, alle. Social Media ist voll damit, Google ist voll damit. Also, die Rabattaktionen warten auf uns alle. Und damit ihr das eben auch gut für euch nutzen könnt und bestens auf diese spannende Zeit vorbereitet seid, haben wir natürlich ein bisschen Tipps mitgebracht, wie ihr euch vorbereiten könnt und Vorlauf einplanen könnt. Genau, also Vorbereitung, ganz wichtig, das kann man schon mal vorweg sagen, ist auf alle Fälle, dass ihr genug Zeit einplanen solltet und genug Kapazitäten auch für das Thema Analyse mitbringen solltet. Ja, als erstes, finde ich, ist es aber auch wichtig, dass man sich einmal fragt, muss man da überhaupt mitmachen? Also klar, heute geht es um sämtliche Rabattaktionen, aber vorweg ist es immer wichtig, einmal zu überlegen, passen so große Rabattaktionen überhaupt zu dir? Und auch kannst du dir das, ja, kannst du vielleicht andere Aktionen anbieten, jetzt nicht nur Prozente, sondern vielleicht auch Bundles, Gratisprodukte oder einen sozialen Anreiz schaffen, wie zum Beispiel mit jedem Kauf spendest du einen Teil. Wichtig ist auch, dass man sich einmal vorab überlegt, ob man sich die Aktion leisten kann und Kapazitäten hat. Das bezieht sich auch auf die Infrastruktur, auf den Lagerbestand, sind die technischen Voraussetzungen erfüllt. Also da kommt ja wirklich vieles zusammen. Wenn man auf einmal viel größere Umsätze als den Rest des Jahres einbringen möchte, dann muss man darauf eben auch vorbereitet sein und einmal durchspielen, ob das überhaupt so machbar ist. Dann gerade, wenn wir jetzt auf Black Friday schauen, werben natürlich viele mit riesigen Rabatten von 50 Prozent und sogar noch mehr. Auch da ist es wichtig, einmal zu schauen, kannst du das überhaupt anbieten? Denn, ja, gerade jetzt am Black Friday ist es dann schwierig, wenn du sagst, hey, hier, ich habe 5 Prozent Rabatt für euch. Das zieht dann natürlich nicht so gut wie die großen Rabatte. Und dann sollte man auf alle Fälle auch einmal durchspielen, ob sich der Aufwand lohnt und ob das, ja, alles so sinnvoll ist, da jetzt mitzuspielen. So, wenn du jetzt festgestellt hast, boah, so große Rabatte, eigentlich sind die für mich gar nicht drin, dann hast du trotzdem ein paar Möglichkeiten. Wir würden dann immer empfehlen, einmal einfach damit zu werben, was dich ausmacht. Bist du immer günstig? Hast du faire Preise, eine faire Bezahlung für deine Mitarbeitenden, etc.? Dann wäre das etwas, was du super in den Vordergrund stellen kannst. Du kannst deine eigene Landingpage für anlegen oder vielleicht machst du es ganz extrem und schließt deinen Shop oder startest eine Gegenströmung. Also wenn da irgendwelche lustigen Aktionen auch einfallen, kann man das auf alle Fälle auch einfach mal austesten. Wichtig ist auf alle Fälle, wenn man jetzt nicht mitmischt bei den Rabattaktionen, dann sollte man auf alle Fälle die entsprechenden Keywords, wie jetzt zum Beispiel Black Friday, auch ausschließen, damit man da dann eben nicht mitmischt. Wir haben dann jetzt auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis mitgebracht. Ihr seht hier, wie Stof das letztes Jahr, ich weiß gar nicht, ob man es Stof ausspricht, ich hoffe es jetzt einfach mal, wie die das letztes Jahr gelöst haben. Die bieten Heizdecken und so Wärmekissen an und die haben eben die eigene Landingpage eingerichtet, haben gesagt, hey, du kaufst unsere Produkte nicht, weil da jetzt große Rabatte drauf sind, sondern du kaufst sie das ganze Jahr über, weil sie dich eben überzeugen. Die wollen sich auch nochmal für das Thema Nachhaltigkeit groß machen und eben zeigen, ja, das hat ja auch Auswirkungen auf die Umwelt und gehen da eben nochmal drauf ein. Und ich finde, das ist eine Möglichkeit, das ganze Thema ganz charmant zu lösen, wenn man eben sagt, man spielt da jetzt nicht mit. Wenn du dich jetzt aber entschieden hast, doch, ich spiele mit, ich setze mich dem Konkurrenzkampf aus, dann empfehlen wir auf alle Fälle einmal mit einer ordentlichen Analyse der Vorjahresdaten zu starten. Also einmal die Zeiträume anzuschauen, wann beginnt zum Beispiel das Weihnachtsgeschäft bei dir. Das ist ja meistens nicht erst eine Woche vor Weihnachten, sondern das hat ja doch einiges auch an Vorlauf. Schon mal zu schauen, was hat im letzten Jahr gut performt, was hat nicht so gut performt. Also generell Anzeigen oder Kampagnen, die das ganze Jahr über gut performen, sollte man sich nochmal genauer anschauen. Auch Produkte, die immer super laufen, sollte man für sämtliche Rabattaktionen auch gut auf dem Schirm haben. Das gilt natürlich auch für Keywords, Bilder, also wirklich alles einmal genau sich anschauen und durchforsten. Interessant ist natürlich auch immer, worüber wurden denn zum Beispiel die meisten Neukunden generiert, auch da über welche Anzeigen oder über welche Kampagnen oder Kanäle. Und ja, schau auf alle Fälle immer, ob dein Produkt oder ob du auch schon bekannt genug bist, denn so diese Rabattaktionen sind jetzt nicht unbedingt die Zeit, wo Leute viel Zeit auch investieren, um sich mit dir auseinanderzusetzen, sondern da soll es schnell gehen und da willst du dann eben auch überzeugen. Ein weiterer super wichtiger Punkt ist auf alle Fälle die Kalkulation. Also du solltest vorher einmal genau überlegen, was sind deine Ziele. Das könnte ein Cost per Action sein, den du festlegst, ein ROAS, eine Kur. Also das einmal genau ausrechnen, genau Gedanken machen, um halt zu schauen, welche Rabatte kannst du eben auch anbieten und am Ende trotzdem noch rentabel bleiben. Ein weiterer Tipp zur Vorbereitung sind auch noch die Lead-Ads. Die bieten sich auch super über Meta zum Beispiel an. Die kann man schon einige Wochen vorher oder auch Monate vorher einmal einsammeln und dann eben Nurturing zum Beispiel über Newsletter betreiben und die Zielgruppe so schon immer weiter vorbereiten, Infos an die Hand geben und genau dann eben mehrere Touchpoints schaffen, denn wir sind auf alle Fälle der Meinung, man sollte immer auf zum einen Erprobtes setzen und eben auch die Personen ansprechen, die schon einige Touchpoints hatten, damit die nicht erst mit den großen Rabattaktionen von dir und deinem Produkt erfahren. Genau, jetzt hat Lisa euch ja schon gezeigt, was ihr alles bedenken solltet bei der Vorbereitung und jetzt gehen wir einmal daran, wie wir dann auch wirklich durchstarten, wenn Rabattaktionen bevorstehen. Genau, zuerst einmal wollten wir gerne mit euch darüber sprechen, was ihr jetzt eigentlich nochmal planen müsst, bevor ihr richtig loslegt. Also was solltet ihr in Punkto Ziele, Budgets oder auch Kampagnen und Kampagnenformate bedenken. Genau, starten wir einmal mit den Zielen. Ja, wahrscheinlich habt ihr an Black Friday nochmal bestimmte Ziele oder auch in der Weihnachtssaison bestimmte Ziele, die ihr dann erreichen möchtet. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall am Anfang einmal überlegen, passen die Ziele eigentlich so, wie sie aktuell sind zu dieser Saison oder müssen wir die nochmal ein bisschen anpassen und nochmal ein bisschen überdenken. Setzt euch auch gerne neue Ziele, indem ihr dann sagt, okay, wir möchten in dieser Saison zum Beispiel unsere Conversion-Rate steigern, um einen bestimmten Prozentpunkt den CPA-Satz senken oder auch den Conversion-Wert steigern. Das sind alles so Sachen, über die ihr einmal nachdenken könntet, damit ihr dann auch wirklich ein konkretes Ziel habt, was ihr immer im Hinterkopf haben könnt, wenn ihr dann mit der Planung der Kampagnen und Ausspielung der Kampagnen startet. Genau, Budgets sind natürlich auch sehr wichtig. Wenn ihr darüber nachdenkt, über den Punkt, dann startet am besten damit einmal kurz die Vorjahresdaten zu analysieren. Gab es da Budgetveränderungen? Hat das Budget da auch gereicht? Also guckt auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr dann letztes Jahr schon in der Saison geworben habt, dass da auch wirklich klar ist, okay, so teuer kann es eventuell werden und wann wird es so teuer? Denn generell kann man schon sagen, wenn irgendwie das Weihnachtsgeschäft ansteht oder wenn Black Friday kommt, dann wird halt schon alles teurer. Also die CWMs werden teurer, die Klickpreise werden teurer. Von daher muss man da auch realistisch sein, dass man eventuell auch einfach mal das Budget deutlich erhöhen muss. Plant deshalb auf jeden Fall ausreichend Budget ein und habt auch nicht unbedingt Angst, das Budget mal radikal zu erhöhen. Also es kann halt schon sein, dass ihr da mal größere Schritte machen müsst. Und wenn ihr aber zum Beispiel auch so etwas wie ein CROAS eingestellt habt, dann weiß ja auch eigentlich Google oder Meta, wie ihr nachher rauskommen wollt, mit welcher Kosten-Umsatz-Relation. Das heißt, ihr gebt dann schon mehr aus, aber im besten Fall bekommt ihr dann ja auch mehr zurück. Von daher, ja, behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf und denkt auch daran, dass ihr wirklich früh genug euer Budget erhöht. Es kann natürlich im Weihnachtsgeschäft auch so sein, dass da wirklich schon im November einige Early Shoppers unterwegs sind, die dann auch schon von euch abgegriffen werden sollen. Genau, und Thema Kampagnenformate ist auch auf jeden Fall nochmal wichtig. Ihr könnt auf jeden Fall natürlich die Kampagnenformate, die ihr gerade schon habt, auch benutzen und die so ein bisschen erweitern. Aber ihr könnt natürlich auch weitere Kampagnenformate nochmal nutzen, um auf euer Angebot aufmerksam zu machen. Bei Google eignen sich besonders gut die Performance Max-Kampagnen, Demand-Gen-Kampagnen, YouTube oder auch Display. Gerade bei Performance Max würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn ihr sagt, ihr habt für eure Rabattsaison da ein anderes Ziel, also einen anderen Zielrohr, eine andere Kur zum Beispiel, dann macht dafür eine neue Kampagne. Wenn ihr das Ziel habt, dann könnt ihr auch eine neue Asset-Gruppe in eure bestehende Performance Max-Kampagne integrieren, genau, die ihr dann zum Beispiel für Weihnachtsshopping extra macht, dementsprechend auch eure Assets alle anpasst, damit da die Bildsprache passt, damit eure Texte genau passen. Genau, und das könntet ihr dann auch bei Pimax machen. Und was natürlich für Meta und für Google auch wichtig ist, wenn ihr Ladengeschäfte habt und wenn ihr möchtet, dass die Leute auch wirklich zu euch kommen und ihr die Rabattaktion auch im Geschäft anbietet, dann denkt auch dran, dass ihr auch lokale Kampagnen dafür schalten könntet. Und bei Meta noch ein Punkt, den man ganz gut nutzen kann, wenn man wirklich auch ein hohes Conversion-Bert-Volumen erreichen möchte, sind die Advantage-Plus-Kampagnen, wo dann Meta wirklich sehr viel automatisiert macht und ihr Meta viele Anzeigen gibt, die dann automatisiert optimal ausgespielt werden. Genau, und noch ein weiterer, sehr wichtiger Punkt ist natürlich das Targeting, denn wir wollen ja sicherstellen, dass wir genau die richtigen NutzerInnen erreichen zu unserer Aktionszeit. Genau, erstmal starten wir mit den Google-Zielgruppen. Da gibt es verschiedene, die Google schon zur Verfügung stellt, also verschiedene Zielgruppen, die ihr gar nicht erst anlegen müsst oder so, sondern Google hat da ja auch schon ein paar Möglichkeiten. Da haben wir zum Beispiel die Schnäppchenjäger, Black Friday Online Shopping oder auch die Black Friday Einkäufe, die genutzt werden können. Für das Weihnachtsgeschäft würde sich da zum Beispiel Geschenke und Anlässe auch gut anbieten. Also da gibt es schon wirklich ein paar gute Möglichkeiten von Google selbst. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mal so ein bisschen durchschauen, ob da schon was Passendes dabei ist. Was aber auch natürlich sich super eignet, sind die benutzerdefinierten Zielgruppen. Das heißt, ihr könnt wirklich selber Zielgruppen anlegen, in denen ihr schon angebt, zum Beispiel nach welchen Suchbegriffen die gewünschte Zielgruppe öfters mal sucht. Und in dem Beispiel, in einem Screenshot seht ihr da, da könnte man zum Beispiel auch eingeben, Black Friday, Black Friday Sale, Schnäppchen und so weiter und so fort. Und damit dann wirklich schon eine sehr klare Zielgruppe aussetzen. Genau, auch Remarketing darf man natürlich nicht vergessen, denn auch das ist natürlich für so bestimmte Aktionszeiträume immer eine gute Möglichkeit, Leute anzusprechen, die euch schon kennen, die eventuell schon mal auf eurer Website waren. Zum Beispiel, wenn man jetzt an Black Friday denkt, würde sich das da ja auch anbieten, Leute anzusprechen, die schon öfters auf eurer Sale-Seite waren, also auch richtig Bock haben auf große Rabatte. Das war eine Möglichkeit. Und generell gehen natürlich auch immer so Zielgruppen wie die WarenkorbabbrecherInnen und so weiter. Ja, wir haben aber auch noch ein paar weitere Targeting-Möglichkeiten. Das erste Thema ist jetzt eins für Pimax zum Beispiel. Und zwar sind das die Suchthemen. Das sind jetzt keine richtigen Zielgruppen und es sind auch keine richtigen Keywords, die ihr da einbucht. Aber es sind halt einfach bestimmte Themen, die ihr Google vorgibt, die dazu passen könnten, wonach die Leute suchen. Und wir haben da zum Beispiel für Weihnachten so als Beispiel einmal Geschenk-Idee Weihnachten, Geschenk-Idee Frau, Geschenk-Mama und so weiter, sodass wir da schon Google so eine ganz gute Idee dafür geben könnten, was dann eigentlich an Keywords, an Suchbegriffen gut passen würde. Und beim Inhaltstargeting, auch das ist eine Möglichkeit. Da geht es ja in erster Linie darum, auf welchen Seiten eure Ads ausgespielt werden, also zum Beispiel eure Display-Ads. Wenn ihr da Placements habt, dann könnt ihr zum Beispiel schon diese Seiten wirklich angeben. Bei den Keywords geht es darum, welche Keywords auf diesen Seiten so vorhanden sind und bei den Themen, welche Themen auf diesen Seiten vorhanden sind. Das kommt natürlich sehr darauf an, ob sich das gerade gut eignet oder nicht. Aber wir hatten zum Beispiel auch überlegt, es gibt ja so Seiten, auf denen zum Beispiel Geschenk-Ideen für Männer oder so vorgestellt werden. Wenn man da dann ausgespielt wird, in der Vorweihnachtszeit, wäre es natürlich auch eine ganz gute Idee. Also auch da kann man mal so ein bisschen kreativ werden und überlegen, was sich für einen eigentlich eignen würde. Ja, bei Meta sieht das Thema Targeting tatsächlich ein bisschen anders aus. Vielleicht habt ihr den Satz Creatives und das neue Targeting schon mal gehört. Also durch einige Änderungen ist es inzwischen tatsächlich so, dass wir jetzt im Social-Bereich oder gerade bei Meta das offene Targeting empfehlen. Das heißt, man arbeitet da nicht mehr so stark mit Einschränkungen wie zum Beispiel Interessen basiert im Targeting, sondern man hält sich die Einstellung möglichst offen und bringt dann eben alle relevanten Informationen auf dem Creative unter. Also da bringt man unter, dass es um Sale geht. Man bringt unter, um welches Produkt es geht. Spricht vielleicht die Zielgruppe auch schon an, wie man das links in einem Beispiel sieht, mit Sneaker-Fans ausgepasst und bringt da dann eben das Wichtigste einfach schon mal unter. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, Zielgruppen noch mal selbst anzulegen und auch Remarketing-Zielgruppen anzulegen. Die WarenkorbabbrecherInnen sind natürlich auch für uns auf Meta sehr interessant. Und die Advantage Plus Shopping-Kampagnen geben uns da auch eine super Möglichkeit, schon mal Bestandskunden zu definieren oder auch eine interagierende Zielgruppe zu definieren. Und da haben wir dann sogar auch die Möglichkeit, noch mal einzugeben, wie viel Budget oder wie viel Prozent des Budgets an welche Zielgruppe oder an die Bestandskunden ausgespielt werden sollen. Genau. Also man sollte wirklich das Wichtigste auf dem Creative unterbringen und wie das jetzt mit Gestaltung und Ansprache aussieht, das machen wir dann jetzt im nächsten Teil, denn das ist wirklich das, was bei Social dann auch einfach noch mal überwiegt. Bevor ihr mit den Anzeigen startet, solltet ihr euch auf alle Fälle einmal ganz genau überlegen, für wen shoppen die NutzerInnen. Da gibt es tatsächlich je nach Zeitraum auch noch mal Unterschiede. Also es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt Personen zu Black Friday anspreche oder eben zu Weihnachten. Überlegt euch genau, was ist den NutzerInnen besonders wichtig? Ist denen gute Qualität wichtig? Ist denen schnelle Lieferung wichtig? Welche Unterschiede muss man vielleicht bei den Plattformen bedenken, bei den Rabattaktionen bedenken? Also da sollte man auch auf alle Fälle noch mal ein gutes Brainstorming starten. Und wir haben euch dann zur Übersichtlichkeit auch noch mal eine kleine Tabelle mitgebracht, wo man die Unterschiede gerade jetzt zwischen Black Friday und Weihnachten noch mal ganz gut sehen kann. Also an Black Friday ist es häufig so, ich glaube, das haben wir auch eben ganz gut im Chat gesehen, dass viele eben Produkte für sich selbst kaufen und noch nicht unbedingt für andere, sondern die wollen für sich selber ein Schnäppchen abgreifen. Und an Weihnachten ist es dann eben so, dass man gezielt nach Geschenken für seine Liebsten sucht, sich da vielleicht schon länger überlegt hat, ach, was könnte denen gefallen und da dann eben zuschlägt. Black Friday ist vom Zeitraum natürlich auch einfach noch mal deutlich kürzer als jetzt zum Beispiel die Vorweihnachtszeit, die sich dann ja auch auf mehrere Wochen erstrecken kann. Oder wenn noch Gutscheine oder Geldgeschenke eingelöst werden, dann ist der Weihnachtszeitraum einfach noch mal etwas längerer, sodass man da einfach auch noch mal mehr unterbringen kann. Was an Black Friday natürlich viele überzeugt, sind diese extrem hohen Rabatte, die manchmal schon ein bisschen fast sketchy rüberkommen. Und an Weihnachten kann man es dann eher vielleicht auch mit langfristigen Rabatten oder Aktionen versuchen, wo es dann vielleicht noch mal irgendwie was umsonst gibt. Also da kann man da auch noch mal ein bisschen zwischen den beiden Aktionen unterscheiden. Also generell auf Black Friday ist häufig der Fokus eben auf den Zahlen, auf dem Ersparnis. Und an Weihnachten kann man dann eben mit einer emotionaleren Ansprache starten. Das ist ja für viele irgendwie eine schöne Zeit des Jahres, wo man zusammenkommt, wo man sich irgendwie auf seine Liebsten besinnt. Und das sollte man dann eben auch in den Anzeigen noch mal aufgreifen. Also generell würden wir sagen, solltet ihr immer genau überlegen, was sind die Bedürfnisse eurer Zielgruppe, welche Probleme haben sie, wie könnt ihr die lösen. Und das solltet ihr dann wirklich auch in den Anzeigen unterbringen und nicht jetzt nur mit Sale und großer Rabatt werben. Also es muss trotzdem noch Inhalt überliefert werden und klar werden, worum es denn jetzt überhaupt ist. Weihnachten ist natürlich die Suche nach dem perfekten Geschenk super wichtig. Da könnte eben ein Text zum Beispiel sein, das perfekte Geschenk für deine beste Freundin hast du noch nicht gefunden. Dann schlag vielleicht jetzt zu. Und es reicht dann eben auch nicht aus, einfach nur die Saison zu nennen, einfach nur zu sagen, hey, Black Friday oder Weihnachtsaktion, sondern werdet wirklich kreativ, tobt euch da aus. Wenn ihr sagt, oh, das fällt mir vielleicht ein bisschen schwer, dann lohnt es sich auch immer ChatGPT zum Beispiel da nochmal um Hilfe zu bitten. Und dann könnte das eben zum Beispiel so aussehen, dass man sagt, verschenke Freude, Weihnachtsrabatte, die den Weihnachtsmann blass aussehen lassen. Also einfach nochmal so einen kleinen Twist da reinbringen und das Ganze ein bisschen kreativer gestalten. Huch. Ich gehe nochmal eine Folie zurück, genau. Wenn wir jetzt über Google Ads reden, dann ist es natürlich auf alle Fälle wichtig, dass ihr die Keywords anpasst und erweitert. Das ist natürlich wichtig, weil Google eben erkennt, ob die Texte zueinander passen und das dann eben entsprechend auch besser bewertet. Also da solltet ihr dann auf den Zusatz Weihnachten oder Weihnachtsgeschenk zum Beispiel setzen. Bei den Texten ist dann auch immer nochmal gut, wenn ihr den Weihnachts- oder Black Friday-Fokus mit aufnehmt, sowas wie satte Rabatte. Du suchst nach dem perfekten Geschenk, bietet sich dann an. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Headlines oder Beschreibungen zu pinnen oder anzugeben, an welcher Position die ausgespielt werden. Das ist dann immer wichtig, damit ihr auch sicher gehen könnt, dass die wirklich auf alle Fälle ausgespielt werden. Und sowas wie das Thema Lieferzeiten ist gerade vor Weihnachten ja auch wichtig. Vielleicht für alle, die ganz kurzfristig shoppen und kurzfristig noch was nach Hause geliefert bekommen wollen, da bietet sich das auch immer an, das nochmal mit aufzunehmen in die Texte damit zu werben. Genau. Und wer jetzt möglichst viele Daten zur Auswertung haben möchte, der sollte auf alle Fälle auch auf AB-Tests setzen und dann eben, ja, die Daten auswerten und die Learnings für das nächste Jahr schon mal mitnehmen. Generell bei der Gestaltung haben wir natürlich gerade als Agentur auch festgestellt, dass es immer sinnvoll ist, sich mit den verschiedenen Kanalverantwortlichen abzustimmen. Also in dem Fall wäre es dann eben Paid, Social und Seah. Es ist einfach immer schön, wenn man so ein einheitliches Bild auch nach außen transportiert. Das heißt, dass man vielleicht ähnliche Bilder verwendet, aber auch von der Sprache sich ein bisschen abstimmt, denn häufig ist es ja so, dass Personen vielleicht erst auf Social Media von euch eine Anzeige gesehen haben, ein bisschen warten, nochmal drüber nachdenken und dann gezielt danach googeln und dann ist eben dieser Wiedererkennungswert viel höher, wenn sich das auf der Bild- und Textebene ähnelt. Es bietet sich super an, dass ihr so weihnachtliche Elemente verwendet, wie jetzt Schneeflocken oder ein Weihnachtsmann oder an Black Friday könnte es dann eben ein Rabattelement oder so ein Prozentzeichen sein, um da schon ein bisschen Schwung reinzubringen und auch hier gilt natürlich plant genug Zeit ein für die Erstellung von Anzeigen oder gerade auch Creatives und auch für Korrekturschleifen, denn ich glaube, viele kennen das, man hat irgendwie die coolsten Ideen, dann geht das durch mehrere Stationen und am Ende muss nochmal was angepasst werden, da ist es dann eben schade, wenn eure Anzeigen nachher nicht rechtzeitig ausgespielt werden können, weil nochmal Änderungen vorgenommen werden mussten. Ja, wichtig ist jetzt natürlich nochmal zu wissen, was macht denn überhaupt ein gutes Creative aus? Also Punkt eins ist auf alle Fälle, dass es Aufmerksamkeit erregt, denn gerade auf Social Media, man hat da so eine Flut aus Bildern und Videos, da muss man schon ein bisschen rausstechen. Es bietet sich dann immer super an, Humor zu verwenden oder auch Vergleiche oder wie jetzt hier im Beispiel, da wird man auf einmal vom Weihnachtsmann angerufen oder Black Friday ruft an, also ich glaube, wer das sieht, der guckt automatisch nochmal aufs Handy und fragt sich, oh, was ist denn hier los und also wenn ich mal vom Weihnachtsmann angerufen werden würde, ich würde auf alle Fälle erstmal dran gehen und wenn man dann eben die Aufmerksamkeit der NutzerInnen hat, dann ist es wichtig, dass man eben nochmal die USPs betont oder die Pain Points, also nicht nur diesen Fokus auf Rabatten, sondern auch den Fokus auf die, die ihr bieten könnt. Denn viele machen den Fehler, dass sie sich eben nur auf diesen Sale Aspekt konzentrieren und das funktioniert eben nicht, wenn Personen vielleicht noch gar nichts von euch gehört haben oder gar nicht richtig wissen, wofür ihr steht. Es bietet sich auch immer nochmal an, User Generated Content zu verwenden oder so ein Splitscreen zu erstellen, wo man vielleicht auf einer Seite den Rabatt zeigt und auf der anderen das Produkt vorstellt. Das Ganze bietet sich auch für Videos an, dass ihr erstmal ein cooles Video habt und dann am Ende nochmal auf den Rabatt eingeht. Also da könnt ihr euch wirklich austoben und am Ende wäre dann immer nochmal die Empfehlung, dass man einen starken Call to Action einsetzt und der Zielgruppe wirklich nochmal genau sagt, was soll die denn überhaupt machen. wenn die kaufen sollen, dann schreibt wirklich nochmal drauf jetzt kaufen oder macht einen Pfeil auf den auf den jetzt kaufen Button, der zum Beispiel von Instagram angezeigt wird, um das wirklich nochmal hervorzuheben. Genau, da habe ich jetzt auch nochmal ein paar Beispiele mitgebracht, wie man eben dieses Thema Rabatt und Produkt nochmal betonen kann und ich finde gerade auch die Weihnachtsbeispiele, da sieht man, man hat irgendwie den Weihnachtsmann nochmal untergebracht, ein paar weihnachtliche Elemente, das stimmt einen einfach schon mal ein bisschen ein. Wer jetzt sagt, oh so kreativ bin ich nicht oder mir fällt da nicht so viel ein, da kann ich auf alle Fälle auch Canva immer gut als Tool empfehlen. Da gibt es viele Vorlagen, die man auf alle Fälle aber nochmal anpassen sollte für das eigene Produkt, das eigene Unternehmen, dass es eben passt und für Videoschnitt bietet sich dann CapCut auch immer gut an. Ja, okay, jetzt sprechen wir über ein weiteres Thema und zwar über die Erweiterung und Aktion, die wir so anlegen können, damit wir unsere Anzeigen einfach noch so ein bisschen weiter ausschmücken können und noch besser Informationen geben können. Wir fangen mal mit Google an. Ich glaube, alle, die mit Google Ads arbeiten, kennen wahrscheinlich die Sidelinks auch schon, aber die sind auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um nochmal auf eure Rabatte oder Aktion aufmerksam zu machen. In dem Sidelink Text könnt ihr dann einmal kurz sagen, worum es überhaupt geht und in den Textzeilen dann nochmal zusätzliche Informationen geben, zum Beispiel, wie lange das überhaupt geht. Ihr könnt auch nochmal eine bestimmte Landingpage angeben, wenn ihr eventuell sogar eine bestimmte Landingpage erstellt habt für Black Friday zum Beispiel, dann könntet ihr die da auch schon angeben. Und die Werbungserweiterung ist natürlich auch super sinnvoll dafür. Ihr könnt auch schon den Anlass auswählen, bei Black Friday zum Beispiel ist es ja klar, was ihr da auswählen würdet. Ihr könnt es aber auch freilassen. Dann könnt ihr schon angeben, was ihr da überhaupt gerade als Aktion habt. Also habt ihr zum Beispiel einen Prozentwert, den ihr gerade anbietet und den auch eintragen. Und auch wenn ihr einen Gutscheincode zum Beispiel hättet, wäre auch das möglich, dass ihr den direkt schon mit angebt und dass der dann auch direkt mit ausgespielt wird bei der Anzeige. Genau, weitere nützliche Erweiterungen sind zum Beispiel die Anzeigentitel. Ihr seht ja in dem Screenshot, da steht noch Beta dabei. Die gibt es noch nicht so super lange. Da kann man dann wirklich einfach einen bestimmten Anzeigentitel eingeben und da schon direkt die Information zu eurer Aktion reinpacken und dann einfach die Kampagnen auswählen, wofür ihr das dann bitte ausspielen möchtet. Das erleichtert natürlich einfach auch ein bisschen die Arbeit. Man muss nicht jede Kampagne einmal bearbeiten, sondern man hat das direkt als Erweiterung und kann auch direkt den Zeitraum einstellen, den man da gerne bespielen möchte und sehr, sehr ähnlich sind die Textzeilen. Da geht es dann einfach nicht um den Anzeigentitel, sondern dann geht es einfach um den Beschreibungstext, der dann unten in der Anzeige steht. Auch da könnt ihr dann einfach schon einen allgemein für eure Aktionen gültigen Text eingeben und dann wird dafür all die Kampagnen ausgespielt, die ihr dann auswählt. In Klammern habe ich nochmal Bilder dazu gepackt. Also auch die Bilderweiterungen eignen sich natürlich gut, wenn ihr da wirklich speziell was für die Saison habt, dann packt es sehr, sehr gerne mit rein. Wenn ihr schöne Creatives zum Beispiel mit weihnachtlichen Motiven habt, dann nehmt die Arbeit, damit eure Suchanzeigen noch ein bisschen schöner werden. Genau und weil es ja jetzt auch um Shops geht, darf man natürlich auch nicht vergessen, was das Merchant Center uns für Möglichkeiten bietet. Ihr könnt da natürlich Merchant Center Aktionen nutzen, also zum Beispiel Rabatte angeben, Rabatt Codes. Es gibt aber auch die Möglichkeit Versand umsonst zu stellen, also ihr solltet natürlich auch bedenken, dass ihr nicht immer nur einen bestimmten Prozentwert anbieten müsst, sondern ihr könntet natürlich auch ein bisschen kreativ werden mit dem, was ihr gerade als Aktion so fahrt und ob ihr da einfach ein Geschenk oder sowas anbietet. Das ist alles möglich über das Merchant Center, auch ein Gutscheincode könntet ihr hinterlegen, also auch das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Da haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit, gerade jetzt bei Umsatzkampagnen, Rabattcodes zu hinterlegen, das sehen wir einmal links im Beispiel, den kann man dann eben einmal eintragen und hat den dann eben auch nochmal gut mit erworben und ja, gerade jetzt, wenn man einen Shop hat und vielleicht eh schon den Datenfeed fürs Merchant Center nutzt, dann bietet es sich auch an, einen Katalog bei Meta einzurichten. Also da gehen dann eben die Artikel automatisch einmal ein und man kann dann auch selbst Auswahlen erstellen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, boah, für Black Friday, da möchte ich vielleicht alle Produkte bewerben, die mindestens 50% Rabatt haben. Wenn man da jetzt die Auswahl erstellt hat und dann eine Kataloganzeige erstellt, dann fließen da eben die Produkte automatisch ein. Das Ganze bietet sich auch super an in Verbindung mit einer Collection-Ad, wo dann einmal vielleicht was über das Produkt gezeigt wird und unten fließen dann automatisch die Produkte selbst ein, die beworben werden sollen. Und was da dann immer noch eine super Möglichkeit ist, dass man so Rahmen mit Störern einstellt. Also zum Beispiel kann das jetzt einfach sein, dass man diesen Sale-Rahmen drumrum legt oder weihnachtliche Elemente nochmal mit einer kleinen persönlichen Botschaft wie Frohe Weihnachten oder man könnte auch sagen für die Papas. Also da kann man sich eigentlich austoben und das selber einfach mal erstellen. das, ja, hübscht das Ganze immer nochmal ein bisschen auf und sieht schöner aus als die üblichen Kataloganzeigen. Und ja, im zweiten Beispiel seht ihr eben diesen Störer, der auch ein bisschen über das Produkt drüber geht. Das bietet sich dann eben auch gut an, weil es eben nochmal gut ins Auge springt. Genau, und das, was ich euch gerade alles erzählt habe, würden wir euch gerne nochmal so ein bisschen zusammenfassen in einen Zeitplan, damit ihr auch wisst, okay, was sind so die Schritte, die ihr alle durchgehen müsst. Der Zeitpunkt, der da gerade drinsteht, ist natürlich ein bisschen individuell. Also das sind jetzt so Schätzungen von uns, wann es ganz gut wäre. Aber je nachdem, wie viele, ja, wie viele Creatives ihr auch bei der Grafik in Auftrag gebt und so weiter, kann das natürlich total variieren. Also ihr könnt das gerne so ein bisschen zur Ausrichtung nehmen, aber natürlich müsst ihr gucken, dass es zeitlich für euch auch so wirklich Sinn macht. Genau, wir haben gedacht, so ungefähr zwei Monate davor könnte man schon mal planen, welche Aktionen man überhaupt fahren möchte, also wie viel Prozent möchtet ihr anbieten oder möchtet ihr bestimmte Geschenke mit reingeben oder sowas. Das könnt ihr dann alles schon mal planen. Die Budgetplanung, darüber hatten wir auch am Anfang einmal gesprochen, damit ihr schon wisst, wie viel Budget bei euch überhaupt so drin ist und wie es im Jahr davor aussah. Genau, wenn ihr eigene Landingpages auch erstellen möchtet für eure Aktionen, dann könnt ihr auch das dann machen. Ja, Briefing für die Grafik mit den Creatives solltet ihr natürlich auch relativ früh machen. Da kommen ja natürlich auch öfters nochmal so Korrekturschleifen mit rein. Also auch das am besten so früh wie möglich. Und ihr könnt auch schon planen, wie ihr denn eure Kampagnen erweitern oder auch, ob ihr neue Kampagnen hinzufügen möchtet. Das solltet ihr auch auf jeden Fall schon relativ früh machen. Genau, ungefähr zwei bis vier Wochen davor könntet ihr dann auch neue Anzeigentexte schreiben und auch die Creatives finalisieren. Es ist natürlich immer gut, wenn ihr das ungefähr gleichzeitig habt, damit ihr auch sicherstellen könnt, dass so die Kommunikation sehr ähnlich ist und dass es alles zueinander passt. Genau, bei den Creatives natürlich habt ihr da Korrekturschleifen. Deshalb habe ich schon gesagt, solltet ihr es relativ früh machen. Genau, aber so zwei bis vier Wochen davor passt das eigentlich ganz gut. Dann ein bis zwei Wochen davor solltet ihr dann ihre Erweiterung schon mal bei Google Ads anlegen. Das könnt ihr natürlich schon deutlich vorher machen, weil ihr einfach die Zeiträume da schon einstellen könnt. Also es wird ja nicht vorher schon ausgespielt, wenn ihr da Zeiträume reinpackt. Also das gerne schon ordentlich davor. Und auch die Merchant Center Aktion würde ich ein bisschen früher schon erstellen, weil ihr da öfters mal noch irgendwelche Ablehnungen habt. Und auch da gibt es halt einen Überprüfungszeitraum. Die Sachen werden nicht immer direkt überprüft oder direkt ausgespielt. Deshalb da auch ein bisschen Zeit mehr einplanen. Genau, und dann könntet ihr auch einfach schon die neuen Kampagnen oder die Kampagnenerweiterungen anlegen. Auch da guckt, dass ihr da auf die Zeiträume wieder achtet. Ihr könnt da super gut auch einfach Regeln zur Aktivierung einstellen oder auch zur Pausierung, damit ihr sicher gehen könnt, dass es alles auf jeden Fall passt. Genau, und so wenige Tage davor, also so drei bis fünf Tage davor, könnt ihr dann nochmal überprüfen, ob ihr Ablehnungen habt oder ob ihr Einschränkungen habt für die Sachen, die ihr erstellt habt. Also die Anzeigen, die Erweiterungen, die Merchant Center Aktion eventuell auch. Also schaut, ob wirklich alles auch ausgespielt werden kann. Und wenn nicht, dann nehmt da auf jeden Fall nochmal Anpassungen vor. Genau, und an den Tagen selber der Aktion solltet ihr natürlich auch weiterhin auf Ablehnungen und Einschränkungen achten. Also guckt immer wieder rein, ob wirklich alles richtig ausgespielt wird. Guckt auch auf die Budgets nochmal. Also habt ihr zum Beispiel eingeschränkte Budgets. Das ist natürlich total ärgerlich, wenn ihr da irgendwie ein eingeschränktes Budget habt und deshalb nicht den ganzen Tag ausgespielt werdet. Vielleicht auch gerade dann irgendwie nach Feierabend, wenn die Leute auch Lust haben auf Shopping. Deshalb da auf jeden Fall auch drauf gucken. Beobachtet so ein bisschen eure KPIs. Lisa hatte ja am Anfang auch ein bisschen über Zähne gesprochen. Und ich würde sagen, da solltet ihr natürlich nochmal gucken, ob das auch zu dem passt, was ihr euch so vorgestellt habt. Wenn nicht und wenn ihr seht, oh nee, okay, da müsste ich wahrscheinlich nochmal irgendwie die Gebote anpassen oder so, dann solltet ihr das auch dann machen. Genau, und die Tage danach. Könnt ihr dann nochmal schauen, habt ihr noch irgendwelche Kampagnen oder Erweiterungen, die ihr dann doch nochmal pausieren müsstet, wenn ihr da eventuell keine Laufzeit einstellen konntet oder wolltet. Und wenn ihr möchtet, gäbe es auch bei Google die Möglichkeit, dass ihr einen Datenausschluss erstellt. Also, dass Google sagt, ich möchte jetzt nicht, dass die Daten aus diesem Zeitraum für den Algorithmus weiter benutzt werden, weil es halt einfach ein Ausnahmezeitraum war. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Fazit. Also, Helen und ich waren uns auf alle Fälle sicher, für uns ist super wichtig, dass gerade, wenn man jetzt mehrere Kanäle bespielt, dass das wirklich Hand in Hand gehen sollte, dass man sich abstimmen sollte und dass man da einfach super viel voneinander profitieren kann. Genau, zusammengefasst heißt das, auf alle Fälle generell plant genug Zeit zur Vorbereitung ein. Wir haben euch ja die unterschiedlichen Schritte gezeigt. Das ist doch einiges, was da anfällt und was man beachten sollte. Deswegen sollte man das auf alle Fälle nicht erst auf den letzten Drücker machen. Dann ist natürlich auch eine klare Kalkulation und Zielsetzung super wichtig, damit ihr auch während der Aktion bewerten könnt, läuft es hier gerade gut, läuft es nicht so gut, muss nochmal etwas angepasst werden. Generell das einheitliche Auftreten ist natürlich auch nochmal extrem wichtig, da Personen eben häufig mehrere Berührungspunkte mit euch haben und das auch auf unterschiedlichen Plattformen. und deswegen Bilder, Sprache, Videos, das sollte kanalübergreifend ein bisschen abgestimmt sein, damit die Leute euch dann eben auch wieder erkennen. Und ja, gerade wenn ihr eben mehrere Kanäle nutzt, dann könnt ihr da auch Zielgruppen voneinander nutzen. Also zum Beispiel Personen, die über Meta schon mal auf eurer Seite waren, könnt ihr über Google nochmal ansprechen. Also nutzt das wirklich. Und wichtig finden wir eben auch diesen Fokus auf Best Performer. Denn Produkte, die das ganze Jahr über nicht gekauft werden oder das ganze Jahr über schon eure Zielgruppe nicht so richtig überzeugen, überzeugen die wahrscheinlich auch nicht nur, weil die jetzt einfach doll reduziert sind. Also geht da wirklich auch mit Produkten ran, die beliebt sind, von denen ihr wisst, die wollen die Leute gerne haben und die performen sowieso schon gut. Und ja, viele Tipps gelten eben für beide Kanäle. Lernt und profitiert voneinander. Und wer jetzt sagt, oh, eigentlich würde ich gerne nochmal testen, wäre unsere Empfehlung, dass man sagt, vielleicht nutzt man jetzt Halloween für kleinere Tests und kann dann eben an Black Friday schon mal gut durchstarten. Und ansonsten solltet ihr auf alle Fälle das ganze Jahr über genug testen und die Learnings dann eben für eure großen Rabattaktionen in Q4 nutzen. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Das waren ja jede Menge Tipps. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne über Slido. Eine Frage ist auch schon da. Das machen wir gleich noch. Trotzdem nochmal der Hinweis von uns auf die stationäre BlueCon in Münster im Januar. Zwei Tage geballtes Wissen. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Wäre schön, wenn ihr dabei seid.